Oder alle töten. Hm. So. Hm. Hm. Ist das alles Klicker? Da wären Pfeil und Bogen jetzt gar nicht so scheiße. Hehe. Wenn man trifft. Pass auf, der kommt da gleich vorbei. Oder auch nicht. Nee, er dreht um. Er dreht um. Aber ich würde so gerne mit einem Feind Bogen schießen. Ich habe Angst, wenn ich daneben schieße, dann rennen die wieder alle dahin wie bekloppt und dann bin ich am Arsch. Ich probiere es, komm. Ah! Ich dachte, er geht jetzt genau nach vorne, aber er tat es nicht. Ähm. Come on! Hä. Der tanzt erst mal auf dem Tisch. Ja, geht doch. Irgendwann muss man ja mal treffen. Oh, hi. Ja. Ja. Immerhin. Das Schöne ist ja, die anderen Viecher hören mich da nicht. Also es hat sich gelohnt. Ich habe zwar sauviele Pfeile verschossen, aber da ich die Waffe sonst eh fast die benutze, will ich mich mal nicht beschweren. Oh. 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 Moment. So, die anderen zwei, die stehen da eh noch rum und ranzen ab. Den will ich gern noch... Natürlich, genau jetzt. Bis auf, Skillshot. Skillshot! Ah! Geil, oder? Geht so. Oh, das ist ja wirklich ein dicker. For fuck's sake. Damit hätte ich nicht gerechnet. Weißt du, ich glaube... Ich glaube... Ich werde jetzt doch einfach vorbeigehen. Habe mich spontan zu entschieden. Aber den snacke ich noch weg. Hallöchen. So. Weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Lass mal die Waffe wechseln. Ich liebe zwar... Pfeil und Bogen. Aber ich finde vor allem Bogen in dem Spiel einfach kacke. Es tut mir leid. Bin ich zu doof hier. Genau, kommt der jetzt hier rein? So. Eigentlich darf mich nur der Dickel nicht finden. Die Clickerinos sollten ja eigentlich ganz angenehm auszuweichen sein. Die Dickel, da hinten. Ey, Boy. 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 Red, das mit den Birnen, das üben wir nochmal. Ich weiß zwar, dass du gerade mich extra markiert hast, weil du dachtest, du hättest jetzt voll was Sickes rausgehauen, aber... An deiner Stelle hätte ich mich lieber nicht markiert. Sonst sehe ich diesen peinlichen Versuch ja noch. Ganz viele Küsschen, Red. So, kommt der da außen rum, der Dickel? Ich glaube fast ja. Nee, kommt der nicht, der dreht um. Er dreht um. Ich weiß actually gar nicht, wo ich hin soll, ehrlich gesagt. Ach, come on. Na gut, aber die anderen werden mich doch schon nicht sehen. Wenn dann so 300 Flambeer von Nizien kein einziges mal benutzt. Ja. Guck mal, ich habe ihn jetzt... Ich lade ihn jetzt mal nach. Vielleicht benutze ich ihn dann gleich mal. Werder sieht mich hier. Oh Gott, ey. Scheiße. Scheiße. Okay, ich bin tot. Ich dachte, es geht vielleicht ein bisschen schneller. Ich dachte, es geht vielleicht ein bisschen schneller, wenn er sieht, dass dahinter eben so ein fetter, dicker Typ ist. Aber nein, er dachte sich so... Leuuuuh. Kriege ich wenigstens meine Munition wieder? Dankeschön. So. Ähm. Ich glaube, wir probieren das nochmal. So, da hinten ist der Digge. Pass auf. Warte, da ganz, ganz hinten rum. And he did it. Ich versuche mich jetzt an den ranzuschleichen. Das war nicht der Plan. Mein Gott. Nee. Ganz schlechter Versuch. Ganz, ganz schlechter Versuch. Okay. Okay. So, jetzt, wie wir es eigentlich machen wollten. Ich wollte mich nämlich an den anschleichen. Das hat nicht funktioniert. Deswegen versuche ich es wieder mit Pfeil und Bogen. Okay. Nevermind. And he dead again. Pass auf. Pass auf. Pass auf. noch so ein Spruch Kieferbruch. Dachte, der sich auch. Das hat zwar keinen Kopfschuss, aber so treffe ich wenigstens. Guck, hat keiner mitbekommen. Oh, scheiße. Ich dachte, konnt ihr den noch aufheben? Guck mal, jetzt können wir uns erstmal den da hinten. Are you serious? Genau in dem Moment, weißt du? Ach, jetzt kommt der wieder. Genau in dem Moment geht der so ein Zentimeter nach unten. Ich hasse den Bogen. Mama Baby Rage. Guck mal, den kann ich doch mit dem Messer snacken. Ich habe Angst, da hinzugehen, ehrlich gesagt. Immerhin one-shottet er. Jetzt sind nur noch die drei. Kommt der ernsthaft hier durch? Nee, der geht aber in die andere Richtung. Genau in dem Moment macht er so eine komische Bewegung. Ich hasse mein Leben. Ich habe ja jetzt keinen Pfeil mehr. Ich weiß halt, dass zwei Pfeile die mit Buddy Shots treffen, äh, killen. Und ich weiß, dass da hinten noch Pfeile liegen. Okay. Flammenwerfer, ich weiß, dass ich den habe, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu laut. Huch. Ich weiß nicht, was? Ich kann die Machete verbessern. Sogar. Krass. So, der eine Eier hat da hinten rum. Das ist okay. Ich brauche nur die Pfeile. Ich glaube, der wird mich da nicht hingehen lassen. Hm. Ich muss halt echt mal überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube, ich mache einfach Lärm und schieße die einfach mit dem Shorty weg. Und scheiß drauf. Weil der Dicke kommt, renne ich halt. Habe ich nicht getroffen. Junge, was ist los mit mir, ey? Jetzt, wo es mal wichtig ist, weißt du? Schneller. Ja, mach auf. Da kommt was. Da kommt was. Scheiß auf die ganze Munition, die da noch lag. Scheiß auf den ganzen... Und weg ist er. Das war so schlecht gerade. Das hat alles, alles, was wir am Anfang des Streams heute richtig gut gemacht haben, hat das jetzt wieder wettgemacht. Zwar unterirdisch, würde ich fast schon sagen. Er ist mal gerade fünf Millionen Mal daneben geschossen. So, aber erst mal den Bogen weg. Ich komme mit dem Bogen einfach nicht klar in dem Spiel. So sad. Höchstens mal wieder benutzen, wenn irgendwo ein Klicker rumsteht oder so. Doch, den Dicken kann man auch töten. Aber der war halt so schön weit weg. Deswegen dachte ich mir, gehen wir einfach mal weit. Alter, ich habe mich gerade so vor dem Schatten da erschrocken. Ja, wir sind erst mal wieder safe, Fragezeichen. Ich gehe trotzdem weiterhin geduckt. Weil man weiß ja nie. Die alle richtig die Litten Monitore haben. Lord Kai, zwei Monate Treue. Dankeschön. Das Tor aufmachen. Okay. Aber, das machen wir gleich, weil ihr habt um eine Pause gebeten, deswegen machen wir die ganz kurz. Dann hole ich mir nämlich neues Wasser. Denn wie ihr seht, es ist leer. Und dann spielen wir gleich weiter. Leute, prägt euch den Usage von Sui Tens schon mal ein, weil ich glaube, den werden wir morgen und Donnerstag bei Dark Souls wieder sehr gut gebrauchen können. Süchen, Lego. Genau, Tellien. Na, schließt mich jetzt jemand ab, während ich das versuche? Huch. So, ich soll das darüber ziehen. Okay. Abend, Brady. War das nicht, was du wolltest? Achso. Mit dem Kabel da verbinden, im Zweifelsfall. Das ergibt schon mehr Sinn. Keinen Schlag kriegen. und Brain. War fast mit zweimal schon geschafft. Ich dachte schon, das fällt jetzt einfach auf die drauf. Hahaha. 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 Das war weird gerade, weil Ellie gerade angefangen hat zu angefangen hat zu zoomen und dabei sagt, meinst du, die Infizierten waren die Fireflies? Das war so. Gut, wer ist da los? Oh Gott. Die ganz alten Internet-Memeens hier. Look at my house. My house is amazing. Weiter geht's. Ja gut, ich bin gespannt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Brrrr. Let's go. Have you ever been to one of these? What? University? Yeah. No, not as a student at least. Why not? Uh, I had Sarah when I was pretty young. Were you married? For a while. What happened? Over there. Hier. Ganz altes Internet-Video, richtig so. Erstmal wieder an dem... Ich muss sagen, da ist ein Joel, links, da ist die Kette. Dann musst du herkommen. Ich gehe mal nicht auf dem Pferd umher jetzt, weil vielleicht finde ich irgendwo noch Stuff. Da muss ich die ganze Zeit wieder auf- und absteigen. Nevermind, hier komme ich ohne Pferd nicht drüber, also... Let's go! Ja, 18, muss der gewesen sein. So haben wir das letztes Mal gerechnet. Um den Dreh so. Irgendwie wird mir wieder hinten angezeigt, ob ich da hin soll. Aber ich will nicht, ich will erst mal hier gucken. Haha! Weil ich die Axt nicht für so eine rostige Kette... Ich glaube, die Axt haben wir gar nicht mehr, wir haben gerade die Machete. Einfach draufschießen. Wie gesagt, wenn es eine rostige Kette ist, dann wird die schon kaputt gehen. Und zelten. Können wir mal gucken. Können wir mal gucken. Guck mal, da liegt sogar was. Loot! The loot of us! Also gar nicht... Gar nicht mal so wenig. Voll der Rebell! Da liegt noch mehr. Was war das? Das Jägergewehr. Scheiß auf das Jagdgewehr. Ich will Schrotmunition finden, Leute. Ich brauch die Schrotmuni. Das Beste in Videospielen. Loot. Loot ist ja... In generellen Spielen immer sehr, sehr groß. In vielen Spielen immer sehr, sehr groß. Nikos, zwei Monate Treue. Dankeschön. Eigentlich müsste man mal echt so ein Spiel machen, was nur... Okay, da klippt irgendwas durch den Boden. Was nur ums Loot geht. Das wäre doch mal was. Hey. Brauchst du nicht Pfeile? Ach, scheiß auf die Pfeile. Da vorne liegt... Was oder jemand. Oh, ist einfach nur Müll. Nevermind. Gibt es. Heißt Looter Kings. Und da lootet man einfach nur. Erfur, danke dir für zwei Monate Treue. Ich bleibe dann mal in Glücksskills. Ich danke dir. Sub-Hype, beleben. Wo zum Teufel fühlt dieser Pfeil da hinten hin? Das ist am Arsch der Welt. Wo ist Ellie überhaupt? Wo ist mein Pferd? Wo ist überhaupt alles? Ellie? Hallo? Kann ich es irgendwie rufen? Wo ist meine Press-X-to-Sean-Taste? Ellie? Hallo? Ach, der Welt schnell drauf schießen. Ich glaube, ich habe auch das Pferd schnauben gehört. Ellie? Carlos? Oder wie das Ding heißt? Callus? Wo ist das Pferd? Hilfe, Leute! Da! Um Gottes Willen. Wie haben die denn da? Wieso da? Scooch. Scooch. So. Und zurück. Mario? Mario! Oder die Taste auch großartig. Und die so, nope, I'm out. Verdammt, Kales. Er hat uns entdeckt. Bin ich von hier nicht gekommen? Oder bin ich jetzt völlig Banane? Vielleicht auch beides. Ähm. Wow. Kann es sein, dass es ein Glitch war? Slash ist. Weil den Stromkasten habe ich längst bewegt.